Ich wette es, den 16. Spiel in der Bundesliga und es geht los mit Werder Bremen gegen Leipzig. Bremen aktuell gar nicht mal so schlecht in Form, holen hin und wieder auf jeden Fall mal gut Punkte. Leipzig eigentlich auch gut in Form, haben aber auch hin und wieder ein paar Durchhänger gegen die schwächere Mannschaft. Das ist hier auf jeden Fall Überraschungspotenzial, vor allem bei Bremen, die aktuell eigentlich zu Hause sehr stark sind. Deswegen glaube ich, Bremen wird hier einen Punkt mitnehmen, 1 zu 1. Dortmund gegen Mainz, genau das Soell hatten wir noch am Ende der Rückrunde der letzten Saison. Da hat Mainz-Dortmund schon noch die Meisterschaft kaputt gemacht. Wenn Dortmund hier schon wieder Punkte liegen lässt, dann brennt es wirklich in der Wintertransferphase. Also das würde dann ja gar nicht mehr gehen. Hätte man schon fast viel zu viel Rückstand auf die Champions-Sieg-Plätze. Also es wird sehr wichtig, hier einen Sieg zu holen. Ich glaube auch, das ist wieder ein Sieg, aber dann nur ein ziemlich knapper und ein sehr ekliges 2 zu 1. Hoffenheim gegen Darmstadt. Hoffenheim eigentlich nicht schlecht in Form und ja, müssen wir uns nicht viel vormachen. Darmstadt, nichts aktuell, offensiv, defensiv, reicht nicht für die Bundesliga, das merkt man klar. Deswegen glaube ich, Hoffenheim wird hier klar gewinnen mit einem 3 zu 0. Union Berlin gegen den 1. FC Köln. Für beide Mannschaften ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil beide Mannschaften sind tief im Abschiedskampf drin. Das heißt, wirklich hier den Sieg zu holen, wäre für beide Mannschaften extrem wichtig. Union hat jetzt verloren gegen Bochum 3 zu 0. Darf eigentlich gegen die direkte Konkurrenz nicht passieren, aber Bochum auch sehr heimstark. Und Union ist auch zu Hause meistens auch selber stärker. Und ich glaube auch zu Hause gegen Köln, wir haben hier auf jeden Fall wieder einen Sieg holen können mit einem 1 zu 0. Leverkusen gegen Bochum, ich glaube, das wäre eine eindeutige Sache. Bochum, wie gesagt, heimsteig, aber auswärts eher nicht so. Leverkusen zerstört gerade alles. Ich glaube, das wird ein eindeutiges 4 zu 0. Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Interessantes Spiel, wie ich sehe hier. Beide Mannschaften ungefähr auf Augenhöhe. Beide spielen ganz in Ordnung, haben schlechte Spiele dabei, haben gute Spiele dabei. Aber ich glaube, wenn Frankfurt zu Hause spielt, sind immer auf jeden Fall ein gutes Stück besser. Deswegen glaube ich auch, Frankfurt wird hier gewinnen mit einem 2 zu 1. Wolfsburg gegen die Bayern. Bayern jetzt erst ein bisschen Durchhänger gehabt. Gegen Eintracht Frankfurt 5 zu 1 verloren. Und dann mit der direkten Antwort gegen Stuttgart 3 zu 0, die eigentlich überragend in Form war. Also da ist, glaube ich, gerade ziemlich gute Form bei den Bayern. Und Wolfsburg generell aktuell eher wenig. Das wird, glaube ich, ziemlich eindeutig. Und zwar ein 1 zu 4. Stuttgart gegen Augsburg. Hier ist, glaube ich, eindeutig Stuttgart eigentlich die bessere Mannschaft. Hat jetzt zwar ein ziemlich schwaches Spiel auch gegen die Bayern. Also da war auch offensiv sehr wenig richtig. Aber ich glaube, wenn man auch ein bisschen schwächere Gegner hat, dann spielt Stuttgart auch wieder deutlich besser. Und ich glaube, Augsburg ist einer dieser schwächeren Gegner. Wird, denke ich, auf jeden Fall schlagbar sein. Ich glaube, das macht Stuttgart mit einem 3 zu 0. Heimheim gegen Freiburg. Sehr interessantes Spiel, weil Heimheim huckt aktuell gut. Auch wenn sie nicht wirklich die besten Spiele machen. Freiburg punktet auch ganz in Ordnung. Da sind auf jeden Fall wieder bei den oberen Plätzen dabei. Und ich glaube, auch Freiburg wird hier gewinnen können. Heimheim wird immer nicht jede einzelne Chance nutzen können. Und Freiburg gewinnt mit einem 1 zu 2. So, das war es dann mit dieser Prognose. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao. Ciao.